Löwe Mahiri im Zoo Osnabrück musste eingeschläfert werden. Auf der Website veröffentlichte der Zoo folgende Mitteilung. Der Zoo Osnabrück nimmt Abschied von Löwenmännchen Mahiri. Am vergangenen Montag, dem 25. März, mussten die Tierärzte des Zoos die schwere Entscheidung treffen, den Kater aufgrund seines sich stetig verschlechternden Gesundheitszustandes zu erlösen. Mahiri war bereits längere Zeit in engmaschiger Betreuung durch die Veterinäre. Schlechte Blutwerte und eine schlechte Prognose gingen der Entscheidung voraus. Als der Löwe keine Nahrung mehr aufnahm, entschieden sich die Tierärzte nach Rücksprache mit den Kollegen aus der Tierpflege und Biologie dazu, den Löwenkater einzuschläfern. Mahiri wurde leider nur 15 Jahre alt. In freier Wildbahn leben männliche Löwen im Durchschnitt etwa 10 bis 14 Jahre, während sie in Gefangenschaft bis zu 20 Jahre und älter werden können. Auch wenn dieses Video keinen erfreulichen Anlass hatte, hoffe ich das Video hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tierische Grüße gehen an euch!